Yo YouTube, hier ist DJ McLeaks und neben mir ist Massaker61. Okay, auf jeden Fall, wir machen jetzt Just for Fun ein bisschen weiter. Massaker hat jetzt Controller in Hand und er zockt jetzt so ein bisschen Final Fantasy mit euch. Du musst jetzt da weiterlaufen. Aber wenn Werbung kommt, dann drück nicht weg, weil Dinger, ich hab auch noch nicht gesehen. Was machst du? Laufen, drei. So ein Fischer. Du bist echt... Attacke. Guck mal, ich greife jetzt. Ach. Du bist. Ah, Hilfe. Er holt deshalb. Ah, ihr kriegt. Ah, der Lufensohn. Ich hab dich nicht durch. Nee, hör doch auf. Was machst du? Du sollst daher zu diesem goldenen Teil, du Fisch. Ja, jetzt kannst du wetten, du verreicht gegen dich. 5 stars Das schaffst du gegen den nicht, du musst Dinger, drück R1, drück mal R1, du musst wechseln du Fisch, weil sonst verweckst du, drück R1, drück jetzt L1, nicht das, L1, und jetzt geh runter und das da, nein, das zweite, ja, und mach das, und wenn du wenig Leben hast, dann gehst du wieder drauf und dann machst du das letzte, weil sonst verweckst du. Ah, scheiße, pass auf, wenn der einmal richtig fortgeschmackt, ja, das denk ich auch. Mach das letzte, schnell, drück L1, das letzte, das letzte, und jetzt drück, 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 schnell, schnell, schnell. Boah, rotzgehaft. Mach weiter, 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 du musst Leben aufhören. Ja, so Leben, ich will, wie ich meine. Doch, das machen die gleich. Mach mal schneller, genau. Jetzt, wenn du wieder voll hast, ja, nein, erst, wenn du wieder voll hast, weil sonst verweckst du. Ja, und jetzt mach wieder das zweite. Jetzt das zweite, und jetzt, ja, und jetzt greif mal. Übel, je. Oh, Alter, guck mal dein Leben an. Ich hab dir gesagt, der ist nicht einfach. Ich bin so ein Will. Ja, ich schon, jetzt bin ich wie du das Finger machen. Wenn du schneller willst, dass es weggeht, dann musst du drei klicken. Ja, jetzt. Und jetzt fett draufhauen. Oh, so, ein Hund. Alter, zieh doch nicht draufhören. Pass auf mich, dass du das Finger brettert. Ist das Finger brettert. Fuck, nirgasse. So, ein Will. Okay. Oh, Vanille ist schon wieder weg. Die heisst Vanille. Steht auch Vanille. Ja, du kannst kein Englisch lesen, ich weiß. Reicht aus. Aber den seid halt schon wieder weg. Ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen noch drin. Hä? Ja, Mann. Voll die eklige Ruhe. Ich war richtig gefecht. Ich war richtig gefecht. Alter, heil doch Lightning lang. Nee, die hat auch Verteidigung gemacht. Alter, fuck. Ja, du bist witzig, du hast genauso verkackt. Ja, reicht auch. So, 15 und fertig. Okay. Mal erst und letzt. Alter, alter, alter. Nimm mich schön. Super. Come on, ey. Egal, gleich kann ich auch Dinge verdienen wie der Heim. Und dann kriegt der Aufschnauze. Hä? Weil Vitalis Werbung. Vitalisierend. Haha. Haha. Das ist doch echt ein Gag. Haha. Hahaha. Die Waffeln sogar nicht für die Video. Ja, ja. Vital. Ja, Vitalisierend. Echt traurig. Alter, ich manipulier den kurz. Ach. Das musste ich... Alter. Alter. Farrig. Farrig. Die heißt Fan, nicht Farrig Fan. Und jetzt. Manipulier. Und jetzt. Manipulier. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Ja. Scheiße. Ja, das war beim Elfer das erste Mal so. Alter, willst du mich verarschen oder was? Ja. Natürlich. Die brettert in Luft und dann haut der noch drauf der Hund. Detaillisierend. Du bist echt kaputt. Du bist. Du bist. Hu... Du bist. Du bist. Ja, Aqua. O. Al. Ach. Hör. Ja, Aqu. Schick dir doch was weg, der hat nur noch so wenig. Ah, nur nachholen, man. Egal, Scheiß drauf, drauf gehen, fuck doch. Jawohl, hier, jetzt kann ich weiter zacken. 5 Stars. So, ein Hund, der trinkt beide weg, Alter. Ja, aber ich musste das Geld eh geben. Siegt es. Also gehört beides mir. Zero Stars. Da hinten bin ich noch voll zwölf. Alter, wär ich doch einfach hier hingegangen. Ja, ich hab's dir doch gesagt. Was laberst du? Also bleibt mir nicht weiter, Alter. Ja, da hin, ja. Ja, im Kreis rumlappen. Wow, guck mal was du bist, ey. Jetzt geh weiter und geh mal da nach hinten. Weil ich werde, da ist so ne Kiste oder sowas. Ja, guck mal. Geh da nicht hin, die ficken dich. Du musst schon in die Richtung gehen. Aber geh mal da hin und guck, ob da ne Kiste oder sowas ist. So ganz in Ecke. Ja, das ist schon richtig. Jetzt läuft's wieder zurück. Was ist das da, wo's denn geht? Das ist gar nicht. Jetzt scheiß drauf. So eifig. Nein, da ist nichts. Du musst... Lauf an denen vorbei. Fertig. Versperren wir doch den Weg da. Ja, und jetzt läufst du voll in die Reihe. Boah, das war Wurz, Alter. Pass auf, die Fliegenlandinger, die sind übel schön. Egal, den 60. Gut, es war Wurz. Hm. 5 Stars. Ja, sag ich? Ja, ach was. Was? 5 Stars. Kausik. Das sind doch kein Ding. Not für mich. Sag ich doch. Aber das ist aber der große Hund, Alter. Ja, geh nicht zu denen. Lauf, lauf um dein Leben, Alter. Was ist denn? Obwohl, die machen doch kein Ding. Lauf, lauf um dein Leben, Alter. Äh, falsche Richtung. Du musst aber der goldene Pfeil ist hin. Lauf nicht zu dem, der fickt deinen Arsch. Das sieht du. Das sieht du. Da nach hinten. Das ist gar nicht, was sie steht. Ach geil. Schade, dass sie nicht rennt. Die rennt doch die ganze Zeit. Fette Karre. Außenrum. Boah, das war knapp. Zum Glück ist der weggerannt. Geh doch zu dem. Den kannst du so. Ah, scheiße. Ich dachte, Finger. Das ist, nein, geht nicht. Das ist ein kaputtes Monster. Der ist schon gefickt. Jetzt geh dahin, jetzt kommt irgendwie Werbung oder so. Oder weißt du, ich drück. Ich sag's doch. Was passiert jetzt? André hat gesagt, ich wäre fast durch. Der hat an 13, 1, 2 und 3 durchgezuckt. Ja. Einfach durchlaufen. Ja, durchlaufen. Ja, das kam auch. Geh da speichern. Ja, okay. Geh jetzt speichern, du Fisch. Geh jetzt speichern, du Fisch. Hey, du bist ja. 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 Na? Alles fresh. Oh, guck auf den Boden, die Rufe. Jetzt kriegst du einen Tocker-Daten. Ich mach Schluss. Ich speichere auf deinen Ersten. Nein, bist du blöd? Ich speichere auf deinen Ersten. Ich speichere auf deine Neidzie. Ja. Ist das Letzte. Ja. Aber das ist schon uralt. Trick da drauf. Falsch. Ich hole dich. Oh ja. My God. Ich hole dich. Ich hole dich. Ja, ich hole dich. Ich hole dich. Schatz. Seh mal. also drückt mal viel ein kopf mal 4 krieg mal 4 guck mal da ist immer weiter weg mit anderen stick ja da guck da musst du hin wo das goldene ist wie kommst du dahin nicht so du musst von da du musst von da und da von hinten durch ich glaube du musst du musst hier hoch oder raus